Ein Ford Kruger steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen blauen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Tagfahrlicht, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel liegt bei 6,2 Litern pro 100 Kilometern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.